Die Messe ist hier noch nicht gesungen. Es wird ein ganz knapper Abend und ich glaube, wir können uns auf einiges freuen hier. Und allen, die es auch lieber, Daryl Gurnay würde dann die Messe lesen und nicht singen. In diesem Fall ist das sehr, sehr wahr. So, und jetzt zeige ich euch warum. So, für alle, die es verpasst haben, die beiden spielen auf folgende Szene an. Ja, das war Daryl Gurnay völlig nüchtern beim Karaoke-Abend live im Fernsehen vor einem Haufen Zuschauern. Er hat Spaß gehabt auf jeden Fall und er kann definitiv die Sicket. Aber es war ihm egal. Man singt ja immer innerlich besser als von außen gesehen. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, dass er voll abgeht gerade. Ja, Hauptsache hat Spaß gehabt und ihr auch. Also, haut rein. Tschüssi.